So, weiter geht's heute mit, äh, Wreckfest und wir machen heute mal ein bisschen, wollen wir den München Altstars? Oh ja, machen wir heute, komm! Hauen wir uns mal ein bisschen auf die Fresse wieder. So, zum Einstieg in die neue Woche, quasi. Ich glaube, unser Auto sollte ja eigentlich von der, von der Robustheit her deutlich besser werden als alles andere, was wir haben. So, ja, haben wir unser Autochin. Und wir haben, was haben wir denn für eine Aufgabe? Drei Gegner zerstören, 1500 Schaden. Naja, schauen wir. Auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Schaden gemacht, gerade weil der sich da jetzt weggedreht hat, noch. So, ja, schauen wir. Oh, wie fetter denn man jetzt Fetsch hin muss? Nicht das gerade richtig. Ziel erreicht, die 2500 Schaden haben wir relativ easy erreicht, das ist auch kein Problem gewesen. Und damit, äh, okay, ich dachte, wir sind jetzt ein Auto schon zerlegt. Zusammenstoß gab es nur, aber keine Zerstörung. Okay. Ich habe momentan noch keine Zerstörung. Die zerstören sich gerade momentan alle gegenseitig. Mutter beschädigt, okay, bei mir. Wie lange haben wir denn überhaupt noch drüben, äh? Oh. Erster Gegner, zweiter Gegner. Oh. So, dann haben wir die Aufgabe schon mal weg. Oder die Aufgaben, die Tagesaufgaben. Ja. So, dann ist es lustig, dass sie sich, ich habe mich, dass sie drumherum kommen. Den haben wir schon mal weggenommen. Jetzt sind sie aber gerade komplett auf mich drauf. Immer noch vier Gegner. Ich habe schon mal rausgeholt, also nicht. So, weg damit. Hallo. Glaubst du mal bitte hier gerade, mein Freund? So. Zwei Gegner noch. Also, drei Autos sind im Rennen noch. Okay, für den Mike, der noch relativ viel hat. Aber jetzt ein ordentliches Schlag gekriegt hat er von uns. Und dementsprechend natürlich auch viel verloren hat. Ach, schade. Ich habe den jetzt gerne mitgenommen, den Typen. Ich habe da auch nochmal einen mitbekommen. Nee, das ist das Problem gerade. So wenigstens, weil so wenig fehlt, ne? Wo sind die? Da, irgendwo. Jetzt habe ich sie rausgenommen. Es geht mir auch immer mal gut. Jetzt habe ich nur noch den Kollegen da. Ein Gegner. Das heißt, es geht jetzt immer nochmal eins gegen eins weiter. Gut, den hat er auch gekriegt. Jetzt fehlt mir nur noch der... 36 haben wir noch. Ich weiß nicht, wie wir der noch haben. Der fällt raus. Ist egal. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hä? Ach, der hat sich doch... Der hat sich nochmal gesetzt, oder was? Hier können wir auf jeden Fall sehr entscheidend sein. Jetzt habe ich dich. Dann ist es mir dann auch mal zu blöd. Sechs Leute ausgeschaltet und damit haben wir das Thema gewonnen. Okay, wenn wir jetzt ins Finale kommen, ohne dass jemand den ausgeschaltet hat. Aufgabe gelöst. Wegfest abgearbeitet für diese Woche. Sehr gut. Dann haben wir das auch, damit auch da der Content bleibt. Also wie gesagt, Wegfest und FIFA läuft es. Auf jeden Fall. Können wir schon immer hin. Ich denke mal, wenn wir... Geht es auch weiter mit Assassin's Creed. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Wreckfest. Und... Jo. Dann... Ähm... Ach ja, deswegen brauchen wir das Auto. Ah, wir brauchen den Road Slayer. Gut. Okay. Dann gehen wir das noch kurz eben machen. Dann holen wir uns den schnell noch. Werkstatt. Markt. Ich brauche den Road Slayer, hat er gesagt, ne? Da ist er. Den soll man kaufen. Hat er gesagt. So. Den soll man noch kaufen. Dann machen wir noch statt die Abwehrsreifel, das Auto. Haben wir dann. Ach, nicht genug. Okay. Der braucht. Wie viel kostet der Motor? Steht nicht 30.000 H. Stimmt, ich gerade. Okay. 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 Das wird... Das wird... So, dann würde ich sagen, trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann jetzt können wir, jetzt können wir nämlich auf das Ding fahren, nämlich da vorne. Das machen wir dann irgendwann vielleicht in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Und ja, danke für's zu sehen. Bis dahin und tschüss.